ARD Text im Auftrag von Funk Ok, brauchen wir eigentlich mal ein Auto? Ey Max, du gehst bitte nicht ins Auto. Hab ich Spaß noch. Jungs, fahren! Ja, ich fahr nicht. Geplay it, Max! Wo soll ich campen? Mit Zoogunner? Hier, mit Flickham und Flicko einfach rum. Ok. Jetzt geht aber. Die haben wir schon gecaptured, Alter. Mach mal 6 Cent und sag wo sie sind. Ey, ich record jetzt mit Blackham. Ach du Scheiße, sind wir... Achso, ne. Ich bin so... Wäre die verbläst? Ja. 3, 2, 1, Blast. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich record das gerade alles von oben. Ahja. IG ist nicht mehr an. Ein Heal? Von Heal? Ja, wartet, wartet, wartet. Wartet! Mach mal 6 Cent. Wir brauchen ein Legged und dann gehen wir vor, ok? Ready for Blast? Ich hab noch ein Legged. Warte und aufladen. Ready for Blast? Ja. 3, 2, 1, Blast. Nice. Nice. Hier auf den letzten... Till Till, komm mit vor. Der ist fast tot. Ja, tot. Soll kurz einnehmen. Achtung hinter uns. Nails beim. Was? Von der Seite. Crow kommt. Nee, der haut ab. Legged zu... Worldplug. Bin hinter euch. Erster. Ich mach gleich mit. Bist du mit der Freecam hier, oder was? Ja. Er sagt Erster. Okay. Jetzt warten... Mach noch nicht IG. Mach nicht IG. Wir warten auf Legged und dann... Er ist Stimme wieder, ok? Ich kann kein Legged gehen. Ich kann kein Legged gehen. Ich sehe die gar nicht. Ich kann die gar nicht abgeladen. Wir sind Church. Go, 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 go. Doch, wir sind Church. Bist du bei mir? Ja. Ja. Okay. Links rum, links rum und Blast. Okay, ready? 3... IG. Ja, okay. Wir gehen zu Church. Church. Mein Gott, warte, da bin ich, wo die gerade sind. Ich verstecke mich ganz kurz. Warte. Lass du mich jetzt noch finden. Machst du XS mal an? Nein, wir sind jetzt noch da. Ich würde sagen, wir bleiben hier einfach. Loil, wenn du Leertaste drückst, bleib stehen. Hey, Johnny. Nice. Ich pop die Legged Legged vor und blästen. Ready? Ja. 3... 2... 1... Ah, der eine war fast tot. Heilt euch, lieber nicht sterben. Ja, cool. Hab einen. Jetzt, wenn du Legged hast, sofort vor. Wir gehen jetzt sogar first. Wir töten die und dann gehen wir first. Warte, gleich hab ich Legged und... Ready for Blast? Wir gehen wieder rein und blästen. Ready? Ja. Links rum, links rum. 3... Na. Ich hab keinen Legged. Ich bin nicht so schnell wie du. Ja. Nein, John. Ja, einfach töten. Okay, gut. Ähm, wir gehens zu... Ja, wir holen uns das. Das lassen wir uns nicht wegnehmen. Aber der andere Soldier kommt bestimmt irgendwo. Hast du Legged schnell? Legged. Okay, okay. Ready for Blast? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ganz. Was? Ja, ja, ich hab einfach gesingelt. Weil die... Die dürfen das nicht einnehmen. Okay, okay, okay. Oh! Fail. Bist du da? Ne. Hab ihn auch so hochgespringt. Ready for Blast? 3, 2, 1... Okay. Selber weit weg. What the fuck ist der weit weg? No, der ist bei mir. Der ist tot. Hey, ich hab gar nicht mitgeblästet. Hello. Aber er hat sich selber hochgehauen, glaub ich. Ach so. Hey, was wollen die? Na, der hat Tonics geused. Das hat man gesehen. Echt jetzt? Ja, der war einmal ganz kurz blau und dann weg. Und hier habt ihr nicht angeschossen. Der war hinter Wands. Egal. Seid ihr da? Bin ein bisschen hinter dir. Okay, jetzt ja. Der eine tot laget und rein. Ready for Blast? Äh, ja. Okay. 2, 1, Blast. 2, 1, Blast. Was? Ich hab aber keinen Damage gemacht. Woah. Ja, es kriegt ja immer nur einer den Damage. Der eine hat überlebt. Ich muss kurz ganz schnell mich hier. Halt stehen. Nice. Ey, Max, wir haben es gestern noch geschafft, irgendwie eine Dreiviertelstunde einen Fun-Wood zu machen. Ja. Kurze Flash. Ey, laget, wir gehen rein und flassen, okay? Okay. Bist du direkt bei mir? Ja. Okay, gut. Hier, wir töten den Links einfach. Einfach töten. Ach, die ist. Komm. Okay, jetzt hab ich IG wieder. Bist du ein bisschen rechts wieder hinter die Dings, dass wir nicht zu offen sind? Ich bin wieder hinter Church. Wir haben IG Fail. Okay, laget zu Roadblock. Einer ist tot von denen. Das heißt, leider der war noch. Der eine ist allein bei Roadblock, glaub ich. Ja, ja, deswegen holen wir uns jetzt kurz. Wow. Oh, das ist... Max hat mich getroffen. Ja, und ich hab trotzdem zwei Kids daraus noch. So, seid ihr da? Gut. Äh, warte, 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 warte. Ich guck grad Max zu, wie er spielt. Kannst du aus meiner Sicht gucken? Ja, mit F10 oder so. Alter, ist ja der. Haut hier ein Legate? Nein, noch nicht. IG brauchen wir. Oh. Jetzt brauchen wir Legate. Nein, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Nicht pushen. Das wär fies. Nein, hanken. Boah, die alten... Ah, komm, lass zurückgehen und unsere Förster nehmen erstmal. Vielleicht können wir irgendwie 3-1 rausschlagen nachher. Aber wir brauchen erstmal Legate dafür. Also kurz noch. Machen wir 6-End schnell? Und... Ja, Legate. Mal gucken, ob wir das 50-0 abschließen. Das wär doch übel geil. Mh, weiß nicht. Außer wenn die mich einmal killen. Hä? Ah, bist du? Chil dich! Ja, endlich. Ich hab sogar auch Punkte bekommen. Warte. Jetzt. IG sag. Okay, komm. Legate. Legate to church. Warte, ich hab wieder Legate. Ach ja, genau. Wir haben ja nur eins. Jetzt. Bist du... Wir gehen gleich vorne mit. Du musst jetzt gleich IG machen, wenn das angeflogen kommt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ready for blessed? 3, 2, 1, blessed. Nice. Oh, fucken. Hier. Acht leben. Achso, du brauchst ihn hier. Ne. Ne. Ich brauch ihn hier. Egal, alles cool. Ich geh mal hinter die. Oh fuck. Oh scheiße, sorry. Ich wurde geinsterblästet. Macht das alles kaputt gemacht. Ja, ich wurde geinsterblästet. Ja, hast du erst gesehen. Wir sind ja noch hier. Wir sind ja noch hier. Da ist einer alleine. Ja, ja, den hole ich mir keine Angst. Den hab ich gleich. Der brennt. Die anderen kommen. Vorsicht, vorsichtig. Die anderen kommen. Ja, ich hab ihn. Ich hab R-Mondes heute mit. Max, pass aus. Ja, scheiß drauf. Die sind richtig. Sorry. Popin, beta, popin, one on one. Komm, den schaffst du. Easy. Ja, der Tod. Tod ist hinten noch. Nein. Oh no. Wir müssen Church einnehmen. Halt den Mold, Manns. Eke. 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 6 Cents? Äh, hab ich gar nicht. Ich hab auch 6 Cents. Warum frag ich's dir noch? Toll. Ich hab auch 6 Cents, wenn du willst. Ja. Du hast den kompletten Warhack. Wir sind hinten am Haus. Ich komm, pass auf. Okay. Bist du weg? Ich bin noch da. 3, 2, 1, Blast. Wir haben beide Blast. Hey, wo sind die hin? Da, der Link ist, der ist einer links im Dings, den tötet dir und ich mach den Solcher. Warte, der ist der hier. Astin? Wir müssen zusammen, nicht, nicht, nicht einzeln. Pass auf. Ich bin wieder zurück hier. Wir sind alle hinterm Mund. Ach, ich bin ja bei mir. Hallo. Ach man, ich bin verregt. IG on? Oh, ich dachte grad. Nein, nein, nicht schon wieder, aber da war neulich. Das war ärgerlich. Ja, ärgerlich, ne? Sie haben keinen IG mehr, glaub ich. Ja, die haben keinen IG. Ich steh grad vor denen. Wir auch nicht. Jetzt haben die Leg it an. Okay, bisschen zurück, bisschen zurück und hide'n, wenn die kommen. Also hinter den Fountain. Also die machen jetzt ein, two, three, blast. Das hat mich eben schon voll verwirrt. Kann ich nur wer bannen oder so vom TS? Hallo. Ich muss wie euch jetzt grade, ne? Einen von dir hat Low? Ja, der, der hochgeflogen ist. Ja. Pop ihn, pop ihn, pop ihn. Einer kommt rechts, einer kommt rechts. Ah ne, er kann wieder zurück. So, leg it, leg it fort, die sind allein. Links rum um das Haus und Blästen. Ready? 3, 2, 1, yes. Ja, okay, mach du. Ich hab's ja getroffen. Okay. Komm, den schafft hier. Auf Crew. Oh, hier. Jetzt auf Crew. Zurück, zurück, zurück. Ich hab' keinen. Okay, rechts hier wieder hinter das Haus erstmal sicher. Ich hab' den hier, ich hab' den hier, ich hab' den hier. So, 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 hast du 6 cents? Äh, ja. Okay, ready for blast, ready for blast? Ja. Rechts rum, rechts rum, rechts. 3, 2, 1, blast. Oh, nein. Oh, der war nicht. Ich hab' den voll bekommen. Halt nur aufgeschossen. Hat er irgendwie instant bekommen? Ja. Ich. Als Ganna fähig ich die instant. Boah, mein Pissl-M geht mal wieder. Max, pass auf. Nein! Ich, Mann! Ich hab' 110 Leben, er single, blasted, ich hab' nur noch 10 Leben. Warum jetzt? Nein, ich bin durch Gnade spam, fuck it. Ich hab's beiden noch bekommen. Nice. Wir re-groupen bei Chash. Ja, der hatte auch loader. Ey, Mann, jetzt will ich zweimal gehen und fast insta-blastet. Das ist so richtig uncool. Egal, 45-0 schaffen wir, oder? Ja, denk' ich auch. Bossen hier? Oh, was für ein Kek. Der war geil. Ich hab' gehirn, ich weiß nicht, ob du da warst. Warum jemand hier? Ich bin tot. Ja, alle da rum. Der Gunner ist tot. Seid ihr jetzt alle da rum? Nein, ich bin noch da. Oh, ich bin ganz tot geworden. Komm, 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 wir gehen links rum. Bist du da? Ja, äh, 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 äh. Wird die verbläst? Ja, warte. Der ist auf K. Erstmal töten. 3, 2, 1, blasted. Max tötes auf K. Hey, man kann mit der Freakammer nicht rein. Komm, zurück, komm, zurück. Ich hab' nämlich lauter. Salto-Macher. Okay, habt ihr überlebt. Wird die verbläst? Ja. Los. Oh, fuck, 3, 2, 1, blasted. Okay. Der hat mich mit... Zurück, zurück, ne? Ja. Jetzt macht Max allein Pusch. Ich bin hinter dir. Guck mal, was sie schreiben. Sie schreiben, sie won't beendet, du auch nicht. Ich bin ganz tot. Nice. Gleich, 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 gleich. Oh, IG. Was auch was? Ich geh' in den... Hätt'n Pistol aim, könnte ich sie Pistol. Haben, hätten. Haben, hätten. Haben ich leider nicht. Und du hast einen, warte, du hast... 2832... Max, du hackst doch! 5000 Punkte! Au! Oh, 99, Mann. Man darf keine Leute beleidigen, nein. Okay. Ich mach' doch! Legget und linksrum blessen. 3... 2... 1... Also ich war noch hinterm Haus. Oh, ich bring mal hier für dich. Ich bring mal hier für dich schon wieder verrecken. Ich glaub III Cam ist scheiße. Hast'n Here? Eh... Nein. Ich wette, du hast... Ja, warte x5, warte x5, warte. Machste kein- Oh toll. Warte, ich mach' Dinge. Komm ... Wordy from this? Achso, ja, du hast geblestet. $atkaw demais hier, nein bitte nicht! Neéin! Wir sind gestorben. Wir dürfen nicht so um Ecken campen, weil dann werde ich immer von Nadeswims gedrückt. Ja, aber wir ja nie. Kommt dann einfach aus eurer Ecke raus. Ja, das überlebe ich nicht. Ja, tut. Immer wenn ich spawne, sehe ich so Freecam-Action da. Ich nicht. Hey, bin wir Jaron? Ja, ich bin gleich bei... Max. Jetzt gehe ich auf den Berg campen. Ready for Blast? 3, 2, 1, Blast. Ja, nice. Einen hier, danke. Komm zurück, komm zurück. Leg it, leg it, leg it rein. Ready for Blast? 3, 2, 1, Blast. Nein. OP Blast. Ey, hinter uns ist der Gunner. Er fokust mich, der Pisser. Achso, das bist du. Max, keine Ausdrücke sagen, bitte. Ja, warum Pisser? Pisst du nicht? Pisser eben, nein, Pisser eben Opfer. Nein, nein, hier, hier, hier. Nein, nein, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Ich hab mich für ihn... Oh, Mann. Ich hab Max kein Stück gegeben, nein. Ja, ich hätt's auch so geschafft. Egal. So, komm wieder und dann holen wir uns die Church wieder. Sonst dauert das zu lange hier. Woher haben wir eigentlich das Land jetzt? Achso, von Max. Von Max, ja. Ja, komm hierher. Bist du jetzt wieder da? Komm. Nein, verpiss dich. Leg it, let it go, Church. Hä, wo sind die? Die Wordblock. Ich geh wieder in der Freecam rein. Ich geh wieder in der Freecam rein. Jetzt geh, ähm, IG on. Ja, ich hoffe, ob er auch lieben will. Ja, jetzt bin ich ein Beta-Pro-Signal. Nice IG. Wollte ich verbläst? Three, two, one. Bläst. Ah, verdammt. Beta, guck der da, genau der da, wollen wir. Klasse, Beta. Was hin? Du, Max, such. Ich kann auch nicht. Komm, wir holen uns den Wordblock wieder. Warte, gib Max Leg it jetzt, jetzt Leg it. Ich hab keine Leg it. Ready for Blast, die kommen. Three, two, one, Blast. Ja, gut. Hast du was? Auf Gruber Messi, komm. Mach dir was? Ich kriege Leg it. Da. Fiste jetzt. Fiste, Fiste. Alter. Wir haben doch schon gedouble-blast, du Horn. Ich sag Fiste, nicht double-blast. Oh, geil. Beide. Warte, ich hole den letzten noch. Geht zur Wordblock und nehmt einen. Nein, der legt der Pro ist neben dir. Ach so, scheiße. Wo seid ihr denn? Und jetzt macht er eine Runde auf, ich hab's geschafft oder so. Jetzt macht er Hähnchen oder so. Ja. Ja. I need the right. Ich hier dich nicht. Leg it links rum und dann gehen wir durch den Garten rein, okay? Warte, Fiste, Fiste. Warte, Fiste, Fiste. Hier rein. Three. Na, wieder zurück und jetzt links rein. Jetzt wieder hier rein. Three, two, one. Single Blast. Hey, mir Schwinde mit geworden. Ja, ich hab ja nicht nur euch verwirrt, sondern auch die Gegner, Mann. Hey, ich kann jetzt nur noch lieber seine Perspektive rein. Warum? Warum kann ich nicht durch? Ah, okay. Ah, okay. Renn weg, Peter. Sie kommen zu dir. Nein, gar nicht. Was? Jetzt. Nice. IG. Er hat gleich IG. Warte. Jetzt IG. Er hat IG. Jetzt. Ich geh sie mal so was, sonst sidestamp mir bleibt er. Oh fuck, hier ist der Goblin. Na toll, hat nicht geklappt. Ich wurde... Geh zu Max. Nein, 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 nein. 13 Leben, Alter. Geh zu Max. Till, pass auf. Wir hatten die ganze Zeit die scheiß Flagge noch nicht eingenommen. Jetzt haben wir erst 3-1. Peter, scheiß auf das Team und renn rein. Sag mal, wenn du IG hast, bitte. Ich verrenze ihn zu mir. In 2, 1, IG. Nein, 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 nein. Ich bin down, ich bin... Nein, nein. Ich hab gesagt, scheiß auf das Team. Genau. Klasse. Gib ihm fest. Jetzt bist du tot. Nein, du hast überlebt. Feste dich hoch. Nein. Was machst du? Max, ich komme. Ich kann... Zu spät. Ich hab leider schon in meinem Kopf gedacht, ich bläse dich jetzt. Ja. Ich hätte es zwar noch verhindern können, aber... Nein, nein. Nein. Hör auf. Ah, das sehe ich... Ja, ja, das sehe ich jetzt auch mal bei mir. Ich kann nur... Hinter dir, hinter dir. Wo? Wo? Ich bin tot. Jetzt hol dir die Beta. Geh rein, geh rein. Sag jetzt. Nein. Till, ich bin bei dir. Keine Ahnung, wo die sind. Die sind hinter dem Gamehouse. Ja, das ist sie. Ja. Klasse. Schaut ja, tschüss. Ja, klar. Till, geh mal legen, please. Keine Ahnung, ich tu ihn. Max, mal sowas. Okay, eine ist geliebt, Jungs. Eine ist geliebt. Oh, wir haben gedabbelt. Ich? Ja. Ich glaube, der auf Cover ist geliebt. Oh. See you, echt? Guten Nacht. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Oh, meine Güte. Das war schön. Alter, was geht denn mit den... Äh... Von wo waren die? Kroaten, ne? Kroatien. Hey. Ähm. Ähm. Ja? Sollen nach Racer bei uns mitspielen, dann hab ich ein Fun War. Wenn er will. Okay, warte. Das war's trotzdem. Ciao, Leute. Sag tschüss. Ich nehm das trotzdem. Das war Rage Quit.